Ne, 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 schon wieder alles falsch. Hat keiner die Linsen sauber gemacht. Ein Spiegelabend. Hör auf dich zu begegnen. Guck mich nach hinten. Es geht! Es geht! Hahahaha! Im Mond! Es geht! Schwarz! Crash ich auf den Mond? Nein. Alter Asteroiden, ich kotze fett ab. Ich hab keine Beine! Ich will schießen! Ich will schießen! Ein Licht! Ich will es töten! Okay. Laser Kick. Ah, jetzt hab ich's! Hier geht's lang. Jawoll! Ne. Da warst du doch schon mal. Ja, ja, so ist gut. In dieser Richtung? So was hier sollen? Ne, weiter. Was macht ihr eigentlich mit mir? Nix. Na, nix. Willst du dir das lustig oder was? Ja, im Sch***. Ist das schon dieses Sch***? Simon, ist das schon dieses Front? Oh. Mal, es bringt was. Nur? Nein, das ist ja alles nicht. Naja, die Störung ist nicht vertreten, wenn ich nach unten drücke und dann nach hinten machst. Hup! 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 Hast du gedreht? Du drehst! Du willst mich... Ja, und so endet deine Karriere nicht. Nein! Nein! Oh, Luft da! Oh, ne, da will ich nicht runter. Da ist noch was Größeres. Ich will da nicht hin. Das ist doch, das ist doch Slender. Slender steht gleich unter Wasser. Mann, das ist einfach nur ein Gay-Sier. Gay-Sier. Das ist ein Gay-Sier. Ein Gay-Sier. Ja! Okay, das ist nur eine Vorhalle. Ah! Gott! Fuck you all, ey. Schon zehnmal erzählt die Geschichte. Ich stehe! Das ist ein Fehler. Oh, fuck. Wo ist hinten? Wo ist vorne? Alter Schwede. Oh, ne, es dreht sich. Oh, Gott! Ich muss ihn jetzt erst... Hau ihn weg! Hau ihn hoch! So, ich erklär dir kurz mal, wie die Dinger hier funktionieren. Ach, du bist schuldig. Mach ruhig. Sag euch noch ein paar Sachen. So. Und jetzt nimm mal deine Hände. Müsstest du eigentlich deine Hände schon sehen? Ne. Hals hier mal... Ne? Okay. Ach so! Du musst dann Trigger drücken, um es festzuhalten auch. Ja! Was ist das doof, ey! Den Blick kenn ich sogar mit Drille auf. Wie? Äh, kriegt ihn ja nicht. Jetzt? Ja, gleich. Ja! Vielleicht vom Star Trek... Ah, ist das wieder nicht! Wo ist der Scheiß? Ey! Ah! Ich kann das nicht, Leute! Wo die alle jetzt kommen? So hübsch? Ja, ich bin ja! Ah! Ah! Ich bin doch hinter mir! Ich bin doch hinter mir! Ich bin doch hinter mir? Nein, ich meine, ich guck doch nach hinten! Okay, wo ist sie? Ah! 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 Vorsichtig! Vorsichtig, Kabel! Vorsichtig! Ja, vorsichtig! Ich wünsch dir, ihr könntet das sehen, ey! Komm, komm! Schieß, schieß, schieß! Die Linke bleibt in deiner Tasche! Ach so, sorry! Ah, sorry! Das macht dich wahnsinnig! Selbst du hast das kaputt! Wie hatt's gar nicht? Das ist dein Eis! Ah! 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 Nein, aber gedrückt! Halten mal! Oder einfach mal an den Körper halten! Warten! Okay, geht nicht! Ah! Du hast es... Irgendwie hast du es kaputt gemacht! Die Rechte! Aber das ist doch ein Linkshänder! Ja! Ja! Mach's nicht nur kompizient! Oh! Vorsicht, Ede! Da kann mal einer bei Ede auffassen, dass er sich nicht... Nein, das... Ich will doch mich da vorbeilegen! Ach so! Da ist ein Sicherungskissen! Aber... Da knacken die Gelenke! Ja! 404! Alter! Eddie, ey! Ja, da hat er gewonnen! Äh! Da hat er auf jeden Fall gewonnen! Das war sehr lustig! Das ist zu gewidmetlos! Das kann man nicht faken! Komm, Aki! Ja, gib mich! Es war wirklich gut! Wirklich sehr wisschen! Alter! Alter! Du warst... Um es dir zu zeigen... Du warst irgendwann einfach nur noch hier, Ede! Und hast hier geballert! Und die ganze Zeit über diesen Ding, man! Eddie, so wirst du nicht eh ein richtiger Gangster! Nee! Oh, ein Hund! Der Explosionshund mit der Schildkröte drin! Seht ihr das? Ja! Ja!